. Mal gucken, was hat Berserk denn davor? Auf jeden Fall kriegt Hasi die Eröffnung Richtung Z und damit kann es natürlich jetzt auch nach vorne gehen. Das haben wir gut angezogen. Nochmal! Also hier knallt es auf jeden Fall noch am Ende. Man möchte jetzt das Ding hier auch nach Hause bringen. Auf den Spots warten dann nur noch NKY und Nino. Die letzten beiden Überlebenden, können die noch irgendwie gegenhalten? Der B-Spot, schaut es euch an, der wird hier komplett umzingelt. Nino, kann der hier im Höhlenkäfig nochmal punkten? Da sie ihn, das Brett der Unterwelt. Und dann ist es nur noch NKY. Und das 16 zu 9 besiegelt ist, Freunde. Keiner ist bisher heute ausgeschieden, aber es bedeutet auf jeden Fall... Und dann ist es auch noch NKY. Vielen Dank.